Vorletzter ist der Reiter aus Österreich, der Elvis Z. mitgebracht hat. Ein Sohn des Elliot von der Holst. Also 10 Doktrop bei Cruising. Und Cemil Hengst, den Leo König vorstellt. Und Mutter, Vater ist der World Cup-Final-Sieger mit Markus Ening, Sandro Boy. Weiter geht's über Voltaire, das ist das Pedigree von Elvis Z. Das Pedigree von Elvis Z und Daniel Sonnenberger, 67,12 Sekunden heißt nochmal. Ein Zeitstrafpunkt angerechnet, damit liegen Sie auf dem 11. Platz.